Wenn der Russe im Zoo arbeiten würde. Victor! Hallo! Sie arbeiten ja jetzt schon sechs Monate bei uns und es lief ja alles echt super, bis auf den Vorfall mit den Schimpansen. Hören Sie, ich habe dieser Affe ja gesagt, wenn er noch einmal bei Durak bescheißt, dann zeige ich ihm die Evolution von dieser Faust und er hat nicht gehört. Alles gut! Dass ein Affe überhaupt zu diesem Kartenspiel fähig war. Naja egal, wie zufrieden sind Sie denn hier? Das ist super, also ich liebe wirklich, ich kann hier an frischer Luft arbeiten, ich bin hier selber Tierfreund, deswegen ist es schön. Und wenn ich draußen einen mitnehme nach Hause, diese ganze Woche kann ich davon essen, das ist super klasse. Aber ich wollte noch eine Sache fragen, wir haben ja ganz viel Antilopen hier, ne? Ja, darauf sind wir auch sehr stolz als Zoo. Wäre es vielleicht möglich, dass ich einen nach Hause nehme für Weihnachten zu schlachten? Ich möchte Familie überraschen und Sergei hat auch gefragt, ob er Stückchen bekommt. Also mal ganz kurz, Sie können doch keine Antilopen schlachten? Ja doch, kann ich, habe ich sogar schon mal gemacht in anderen Zoo, aber ich wollte diesmal vielleicht sogar fragen. Was? Also nein?